Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, DodoLP. Ja, was will mir dazu sagen, ich nehme euch heute mal auf meinen Dragon City Account mit, der nicht gerade gut ist. Ja, oh, wir tun es dann. Naja, das Video wird wahrscheinlich eh nur kurz, aber ich habe gedacht, ich nehme mich einfach mal mit und zeige euch so, wenn ich das öfter machen soll, dann, ähm, sagt es mir einfach. Ja, ich brauche hier ein bisschen Futter an. Gestern beim Video habe ich ein bisschen dumm geredet. Ja, das Wolkendingste ist ein paar Sekunden fertig. Gucken wir mal, was kann man da tüchten? Ich weiß nicht, was man da gutes tüchten kann. Ich gucke mal hier, bei dem ich sehe, ob da wieder etwas Gutes ist. Platz hier einen Meer- und Flammenhybrid. Was soll das sein? Ein Hybrid. Ich mache hier einfach mal... Ich habe schon so ziemlich alles gemacht. Ich mache Splashy mit... Hm, Elliot? Oder Ludo? Machen wir mit Ludo. Okay, kommt in der Scheiße raus, weil das dauert ja eben so kurz. So, bist du fertig? In 6 Sekunden, das freut mich. Was ist das? Platz. Oh, cool. Wolkendrache. Ich habe einen Wolkenrache. Zu dem Fütter... Was ist das jetzt eigentlich vor allem? Meerdrache. Habe ich schon Meerdrache? Ist das denn Meerdrache? Ja. Dann verkaufe ich den gleich. Dann haben wir einen Wolkendrache. Den Lutz, den machen wir hier gleich mal auf Level 6. Das geht von der Früchte wieder. Ja, geht. Okay. Ähm... Der Meerdrache, wie viel Geld gibt der? Okay, den verkaufe ich. Ich weiß gar nicht, wofür ich dieses Gebiet da gebaut habe. Da kommt eh nichts dabei raus. Das geht von mir heute. 29 Minuten, das kann man beschleunigen. Platz. Ich denke, ich werde heute auch noch ein Minecraft-Video hochladen. Oh, ich habe gar nicht mal viele Früchte. Ja, ich denke, ich werde heute noch ein Minecraft-Video hochladen. Und ich denke auch, dass es das jetzt mit Dragon City war. Also, ja.